Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind jetzt mit allen unseren in Anführungsstrichen Freunden in einer, ich glaube zumindest, Assassinenversteck. In einem Assassinenversteck. Wa, 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 wao. Oh, da ist der Apfel. Da hat ihn also damals Etz hier versteckt, alles klar. Was für Tempel? Äh, gibt's hier eine normale Treppe? Nö, ne? Sehr, sehr große Treppenstufen, sagen wir mal so. Von Riesen gebaut oder so. Strom. Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Strom. Du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Über 100 Jahre könnte ich sprechen, aber ihr dürft uns nicht kennen. Ihr mit fünf Sinn, ihr mit sechs. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen, raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Was? Ich komm da nicht ran? What? Achso, ich muss jetzt, glaub ich, sowieso hier hoch, oder? Um den nächsten Schalter zu betätigen. Oder? Ja? Ich geh einfach mal davon aus. Hä? Warum kann ich... What, what, what? Kann ich da nicht hochklettern? Was? Was? Nee, oder? Ach nein. Das ist also auch noch auf Zeit, oder was? Ach, krass. Wir müssen jetzt also quasi auf Zeit... ...alle Schalter betätigen. Okay. Cool. Okay. Haben sie dann also quasi... ...gebaut, um... ...auszusieben, wer hier... ...ein Assassine ist und wer nicht, oder was? Sieht fast so aus. Weil die Assassinen müssen natürlich alle so krass klettern können. Quasi ein Aufnahmeritual. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollen wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den Augen schimmern. Ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Was? Was? Also, das ist auf Zeit und es ist ein Rätsel, oder was? Ich muss rausfinden, welcher dieser beiden Schalter der richtige ist. Oh mein Gott. Das heißt also, der zweite Schalter ist rechts der richtige. Er möchte gerade nicht hier hochklettern. Hallo. Jetzt. Aha. Kann ich das auch... Genau, vielleicht sehe ich das dann ja über mein Adlerauge. Teste ich beim nächsten Mal aus. Aber jetzt weiß ich ja schon, dass der rechte der richtige ist. So. Aber die Wände sehen ganz cool aus. Auch diese komischen... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das leuchtender Staub, der hier teilweise festhängt in der Luft und sich nicht bewegt. Oder was soll das sein? Feststehende Glühwürmchen? Keine Ahnung. So, wenn ich das so mache... Ah, ja. Krass. Okay, das Adlerauge sagt mir, dass der richtige richtig ist. Ah, das hätte ich vielleicht mal eher probieren sollen. Ich denke euch, dass sie solle mir erwarten. Kann ja sein, dass die Frau gerade aggressiv wird. Aber irgendwie so das Gefühl, dass sie böse wird und... keinen Bock mehr auf uns hat. Ich finde auch die Mucke geil. Also die Musik, die hier so im Hintergrund läuft. Falls ihr sie überhaupt hören könnt. Aber ich denke mal, das soll man mitbekommen. Aber ich denke mal, das soll man mitbekommen. Es ist schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Das soll das auch geben. Was gehört, Desmond? Ah, cool. Geschafft. Ich mache also irgendwas Böses und Schlimmes und Schlechtes oder was. Also irgendwann mal. Also ich weiß es nicht vorher. Ich weiß es erst, wenn ich es gemacht habe. Irgendwie so. Oh, oh. Das ist aber jetzt ein... Ich habe einen Fehler gefunden im Spiel. Also wie in einem Film habe ich einen Fehler gefunden. Und zwar, als wir die Wiederholung gesehen haben. Oder diese... Nicht Wiederholung, diese Erinnerung. Dass Ezio den Apfel ablegt. Dann ist er nicht... Und wo sind die Tempel? Soll ich danach... Na, ich erkläre es gleich. Oder daran denken oder so. Falls wir noch dazu kommen. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Das Ende und der Anfang. In der Hassen und Verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Aha. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Bringt die jetzt eine um, oder was? Hä, soll ich irgendwas machen, oder? Immer wenn ich auf... Auf... Auf eine der Richtungstasten drücke, dann geht da ein Schritt. Aber ich kann nicht entscheiden, wohin. Ja, was ich noch sagen wollte. Als Ezio vorhin diesen Apfel abgelegt hat, auf dieser... Auf diesem Podest, da ist er nach rechts weggegangen. Obwohl ja, wir geradeaus auf ihn zugegangen sind. Also, er hätte quasi von diesem riesen Ding runterspringen müssen. Und er hat nicht den richtigen Weg gewählt. Das war ein kleiner Fehler. Aber egal. Der will die umbringen, oder? Ich würde mich ja gerne wehren, aber ich kann nicht. Nein! Ich kann... Ich kann nix anderes machen. Ich kann nicht... Fuck, fuck, fuck! Nein, ich will aber nicht beliebige Tasten drücken. Ich will nicht! Zu spät. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den sechsten. Geh allein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ende? Oh mein Gott! Was haben wir getan? Was haben wir getan? Es waren also neun Sequenzen. Wobei die letzte, letzte, ähm, Dinge, was wir gerade gespielt haben, hätten wir ja fast als Sequenz 10 ansehen können. Auf jeden Fall ein geil krasses Ende, sodass man richtig Bock hat, direkt die nächste Fortsetzung von Assassin's Creed 2 zu spielen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Die wird dann aber nicht gleich im Anschluss kommen, weil es einfach noch andere Spiele gibt, die vorher gezockt werden müssen. Also erstmal mal, wie gesagt, Witcher 2, ganz, ganz, ganz wichtig, damit wir da die Geschichte komplett bekommen, bevor wir Witcher 3 spielen, im Februar nächsten Jahres. Und dann werde ich wahrscheinlich auch den neuesten Assassin's Creed Teil zocken. Der kommt nächsten Monat, glaube ich, raus. Da bin ich mir aber noch nicht 100% sicher, ob ich den spiele, weil ich halt die anderen Teile noch nicht gespielt habe. Und ich es eigentlich nicht mag, wenn ich einen späteren Teil vor den voragehenden spiele. Oh, es geht noch weiter. Oh, müssen wir jetzt etwa diesen ganzen Abspann anschauen, weil die noch irgendwelche geschichtlichen, ne, geschichtlich relevanten Sachen erzählen. Mal schauen. Naja, was wollte ich sagen? Ja genau, also, ob ich Assassin's Creed Unity spielen werde, weiß ich noch nicht 100%. Wahrscheinlichkeit ist da. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das zocke. Kann ich noch nicht versprechen, aber könnte passieren. Wie gesagt, Risen 3 läuft ja auch noch. Dann fangen wir jetzt mit Witcher 2 an. Oder es hat schon angefangen, wenn ihr das Video seht, das weiß ich nicht. FIFA World läuft natürlich parallel weiter. Und wann ich dann weitermache mit diesen Assassin's Creed Spielen im Sinne von nächster Teil von Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed 3 und 4 etc. Das müssen wir dann mal schauen. Zumal ich hier auch zwischendurch eventuell noch ein anderes Spiel zocken möchte, um einfach Abwechslung reinzubringen. Da muss ich gucken. Ähm, tja, und jetzt scheint es auch nicht weiter zu gehen mit der Geschichte. Ich glaube, die erzählen ja nichts mehr. Dementsprechend können wir das hier wohl abbrechen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play von Assassin's Creed 2 Brotherhood zugesagt. Ich hoffe, ihr guckt auch meine anderen Let's Plays an und seid meinem Kanal treu. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich kann natürlich auch gar nicht wegdrücken. Ich kann auch Pause drücken. Sehr gut. Ja. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.